Moin Moin, ihr Higgledies, herzlich willkommen zu Nino Kuni 2, Schicksal eines Königreichs oder Revenant Kingdom, wie es im Original heißt. Gleich mal vorneweg, ich habe den ersten Teil leider nie spielen können, weil ich nie eine PS3 hatte. Ich wollte ihn immer unbedingt spielen, denn ihr wisst es vielleicht, ich bin großer Fan von Studio Ghibli und ich bin noch viel größerer Fan von Joe Hisaishi und Teil 1 war ja noch eine Kooperation von Studio Ghibli und Bandai Namco und Teil 2 ist das nicht mehr, aber trotzdem ist natürlich der Ghibli-Style immer noch ganz klar zu erkennen und Joe Hisaishi hat auch im zweiten Teil jetzt den Soundtrack gemacht und das führt mich auch gleich zu dem Thema. Evan, mein Name ist Evan. Aber ganz wichtig, ich mache die Musik nicht aus, zumindest jetzt noch nicht, denn wie gesagt, ich bin großer Fan von Joe Hisaishi, ich bin extra bis nach Paris gefahren, um ihn einmal live auf einem Konzert sehen zu können und deswegen möchte ich natürlich seine Musik jetzt hier auch genießen, aber ihr wisst es vielleicht auch, YouTube und Musik, das beißt sich so ein bisschen, das heißt, im schlimmsten Fall wird mein Video gesperrt, weil halt die Musik irgendwelche Copyright-Scheiße beinhaltet. Ich will es trotzdem einfach mal versuchen und wenn es nicht geht, dann muss ich die Musik halt leider früher oder später ausmachen. Aber ich will es auf jeden Fall erstmal probieren. So, ich denke hier die ganze Steuerung, die wird sich dann zeigen, ob das so taugt oder nicht. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt einmal los. Dadurch, dass ich halt den ersten Teil gespielt habe, weiß ich überhaupt nichts über diese ganze Reihe. Ich habe keine Ahnung von der Steuerung, ich weiß, es ist ein JRPG, aber sonst weiß ich nicht wirklich viel. Einer war eine Welt, die durch eine endloser Krieg verletzt, wo starken Landschaften verletzt wurden, und Frieden war ein distantes Traum. Und dann kam ein großer Krieg, der sich auf die Welt verletzt wurde. We'll be arriving shortly, Mr. President. What in the world? What in the world? Okay, das startet doch schon mal mit einem Paukenschlag. Unruhen in Katzbuckel. The preparations are complete. Excellent. Then let us begin. What was that? What happened? I am Evan Pettywisker Tildrum, King of Ding Dong Dell. Who are you? Never mind who. The question is where. Huh? Huh? Well, no. Would you look at that? Stay where you are! Wait! Hmm. Also Roland ist, glaube ich, der Präsident, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Der gerade noch im Auto saß. Und Ding Dong Dell ist übersetzt mit Katzenbuckel. Naja, gut. Ich hätte es schön gefunden, wenn sie die Namen original gelassen hätten, aber das ist halt leider immer so. Ich bin der König von Katzenbuckel. Also Ding Dong Dell finde ich irgendwie cooler. Aber gut, also ich werde auch die Texte jetzt nicht komplett alle für euch vorlesen. Ich denke, das kriegt ihr selber auch gut auf die Reihe. Bin ich tot? Außer ich rede ein bisschen vor mich hin. Dann kann es auch sein, dass ich sie mal vorlese. Mach keine Dummheiten, sagt er zum König. So, und ab jetzt übernehmen wir dann auch die Steuerung. Das heißt, ich werde mir die Steuerung mal ein bisschen angucken. Kontrolliere die Richtung und Laufgeschwindigkeit mit L3s Details. Das könnte noch interessant sein. Achso, okay. Das ist jetzt halt Tutorial-Detail quasi. Okay, coole Stufenanimation. Nicht schlecht. Nach oben ist ein bisschen ungenau, aber nach unten? Na, ist auch ein bisschen ungenau. Aber sieht trotzdem ganz geil aus. Kamerageschwindigkeit ist mir ein bisschen zu schnell. Könnte man gleich noch ein bisschen dran drehen, aber... Äh, ich will jetzt erst mal weiterzocken hier. Fremdes Land, zieh nach, was unten vor sich geht, ist die Quest-Beschreibung. Fremdes Land, zieh nach, was unten. Fremdes Land, zieh nach, was unten. Fremdes Land, zieh nach, was unten. Schau den Geräusch! In da! Das wird mir教ern, Trigger-Happy. Sie sind nicht hier, um dich zu retten. Geh zurück! Ähm, eine Frage. Du hattest gerade eine Pistole in der Hand. Warum tauscht du die jetzt gegen ein Schwert? Jetzt mal ohne Witz. Es gibt zwei Arten von Nahkaufangriffen. Schnelle, leichte Angriffe durchgeführt mit, ähm, Square und langsame, starke Angriffe durchgeführt mit, äh, Dreieck. Alles klar. Okay. Also, ihr seht, das Ganze ist ein Echtzeitkampf. Das ist ja immer die große Frage in JRPGs. Äh, Echtzeit- oder Rundenbasiert. In diesem Fall ist es Echtzeit. Ähm, ist auch, glaube ich, eher so mein Ding. Äh, man hat's noch nicht so ganz gerafft, glaube ich, was hier vor sich geht. Das ist ein Punsch. Ein Punsch? Keine Bowle? But, but... Na dann komm mal mit, du kleiner König von Ding Dong Dell. To strike, while our enemy was preoccupied with preparations for the ceremony. This was a very clever strategy indeed, my lord. If only King Leonard had been less robust. He would have succumbed to the poison all the sooner, and our plot would have come to fruition all the more quickly. Rattinger, du Ratte. What does it matter now? Did we not plan for just such stubbornness on his part? Rattoleon. King Leonard's untimely demise was affected without a hitch. Now the only obstacle remaining is the boy. Yes, my lord. And once he is eliminated, the throne will be ours for the taking. It is time for Mousekind to assume its rightful place at last. Lord Mouseinger. Lord Mouseinger. Lord Mouseinger. Rattinger is im Original Lord Mouseinger. No matter. We will find him soon enough. Or rather, the black knight will. Also, ich überlege gerade, den Untertitel vielleicht umzustellen auf Englisch, damit ich es dann wenigstens gleich habe, dass die Sprache mit dem Text übereinstimmt, weil das geht mir so ein bisschen auf den Sack, dass die deutsche Übersetzung so schlecht ist. Mal gucken. Hey. Mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute schon. Also, am besten verlassen wir das Schloss so schnell wie möglich. Das werden wir tun, vermute ich. Flucht aus Katzbuckel. Ja, stört mich, stört mich wirklich ein bisschen. Ich mag das generell nicht, wenn man einfach die Namen der Orte beliebig ändert ins Deutsche. Das finde ich immer gerottenschlecht. Jetzt nicht nur in Spielen, auch in Filmen ist das oftmals so. Okay, Sprache der Synchronisation kann ich nur um Titelbilden machen. Äh, Untertitel kann ich anmachen, aber ich kann sie auch nur im Deutschen anmachen. Das heißt, ich kann die Untertitel gar nicht ins Englische schalten. Was natürlich auch wieder ein bisschen schade ist. Evan, mein Name ist Evan. Na gut, okay. Dann ist es halt so. Dann müssen wir da jetzt irgendwie mit leben. Ich finde es persönlich halt ein bisschen schlecht, ein bisschen schade, dass man das so gemacht hat, aber... Können wir jetzt nicht ändern. Was ist mit dir hier? Mitgenommener Mietssoldat. Okay, das ist schon putzig. Drücke R3, um einen Gegner im Kampf zu fixieren. Dann will ich auf diesen Zucker zu trinken. Alles klar. Alles klar. Dauz. Das habe ich ihm zwar fixiert, aber er greift trotzdem die anderen alle an. BAM, your face. Das Kampfsystem gefällt mir. Das scheint gar nicht so schlecht zu sein. Und ich meine, guckt euch mal, äh, Rolands oder Rolands Gesicht an. Äh, also Ghiblis Stil ist definitiv nicht zu verkennen, ne? Was ist es? Elite-Soldaten, das erkennen wir an ihrer roten Kleidung. Dann sollten wir uns besser nicht mit ihnen anlegen. Warum? Wir haben ein großes Schwert in einem. Mina. Almina. Okay. Miss Almina. Sie ist echt stark und außerdem nett und weiß einfach alles. Okay. Also, eine kleine Stil-Section wahrscheinlich. Hinter den Büschen her, nehm ich mal an. Ah. Pssst. Sir! Hey. Ha, 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 ha. Hä? Was ist passiert? Warum? Warum haben sie mich denn jetzt gesehen? Elite-Soldat hier am Arsch, Mann. Okay, jetzt wird es halt auch ein bisschen eng. Das ist sowohl kein Ding. Ich bin zwar gut im Arsch, aber Schleiche unentdeckt an den Soldaten vorbei ist mal definitiv in die Hose gegangen. Ich weiß aber auch nicht so genau, warum, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Ne, das Gefühl habe ich nicht. Der Plan hat nicht so ganz funktioniert, das ist richtig. Drücke die Options-Taste, um die Gebietskarte einzusehen. Im Kampf ist dies nicht möglich, wir sind aber ja nicht im Kampf. Ähm, okay, Erdgeschoss, oberstes Geschoss. Wir haben ein Zimmer, von da kommen wir ja. Alles klar. Ähm, das heißt, wir müssen ja wahrscheinlich nach unten, oder? L3, Details, achso. Na gut, klar. Ich bin natürlich jetzt ziemlich fertig, ne. Also, äh, so ein bisschen Gesundheit könnte ich wohl vertragen. Sonst bin ich gleich nämlich hinüber. Denn es war ja nicht vorgesehen, dass ich diesen Kampf überhaupt bestreite. Hm. Abwehren. Ja, da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Durch Halten von L1 wechselst du in Abwehrhaltung. Dadurch wird der durch Angriffe genommene Schaden reduziert. Aber deine Bewegung ist merklich eingeschränkt. Das hätte ich gerade im Kampf gut gebrochen können. Nutze Abwehren, um den Schaden von unausweichlichen Angriffen oder einer Reihe Angriffen zu reduzieren, während du auf eine günstige Gelegenheit zum Gegenschlag wartest. Muss ich es gedrückt halten? Jawohl. Okay. Magi-Maus. Oh, ich bin so tot, ey. 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 Oh, ich bin so tot! dass ihr Vater da getötet wird im Turm. Da stürmt sie ganz genau so nach vorne, wie Mina das gerade gemacht hat. Fand ich super cool. Das war jetzt wirklich Ghibli in Reinform. Obwohl ja, wie gesagt, Ghibli an diesem Spiel hier gar nicht mehr mitgearbeitet hat. Aber man hat das definitiv aus dem ersten Teil noch übernommen. Also jetzt ist nicht die richtige Zeit für Schwätzchen. Das sehe ich ganz genau so. Ausweichen, drücken von L und L1 kannst du mit geschicktem Timing-Angriffen ausweichen. Na, so. Bäm, ein paar Tauts. Hm. 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 Einen schlechten Ruf hatte sie schon immer, eine tolle Leibwache. Rattoleon hat uns verraten. Nein. Aber... Ja. Diese Tür führt dorthin. Letzte Rettung, Katzalisation. Sehr gut. Okay Leute, dann will ich an dieser Stelle den ersten Teil von Ni No Kuni 2 erstmal beenden. Und im nächsten Teil gehen wir dann durch die Katzalisation. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.